Zeig uns mal wie das geht, Olli. Donis, mach es einfach anders wie im Training, dann triffst du. Der hat geschnitten im Training. Komm, Meiji! Weiter geht's, weiter geht's. Gib die Hoffnung nicht auf. Komm, Ralle, schlag einfach so ab wie im Abstoß. Oh, geil! Das ist super! Komm, Felix! Komm, Flix! Das war der Win, mach dir keine Sorgen. Komm, Kono! Jawoll! Jawoll! Ich würde ein bisschen längeren Anlauf. Das war FIFA. Einfach Schuss, dass du zu lange gedrückt hast. Diagonalball, Mensch. Den kleinen Diagonalball. Das war für ihn. Das war für ihn. Komm, zeig uns mal wie das geht, Olli, ey. Felix, 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 Felix. Ach du Scheiße, ey! Komm Kuno! Komm! Ach du Scheiße! Ja oha, er war dran! Hey! Bravo alle! Bravo! Super! Bravo Flix! Ist das gut? Ja, mit Sicherheit! Ich brauche, dass du getrunken hast! Das finde ich super! Punkte, Punkte! Sehr gut! Ja! Sind Sie da? Hallo! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Opa! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!